Ah! Ah! Sehr gut, Frau Röscher! Du bist so ein Scheiß! Freunde! Es wird mal wieder Zeit für eine neue Runde Ultimate Chicken Horse mit Schauer, Lade und Detox! Weiter geht's! Mit der alten Villa! Hallo! Ja, servus! Das war eine richtig gute Ansage! Muss ich dir lassen! Mein Ort tut jetzt weh! Was machen wir jetzt? Ja, dir das Leben schwer! Ah, ich mach dir gleich das Leben schwer! So! Kann man die auch irgendwie so quer platzieren? Kann man nicht, ne? Nee, nur horizontal und vertikal! Boah, geil, Detox! Das hab ich nicht hingelegt, das war Schaui! Was? Nein, gar nicht! Du kannst nicht in den Spawnpunkt Das ist doch nicht der Spawnpunkt! Ja, super! Viel besser! Viel besser! Wenn ihr einen richtigen Schlag habt ihr! Ja! Viel, viel, viel! So, Aufzug kommt! Aufzug kommt! Lass mich rein! Tschüss! Kann ich euch schubsen? Geht nicht, ne? Nö! Ja, genau! Nein! Ich hab diese scheiß Latte nicht gesehen! Ja, das ist öfter, dass du deine Latte nicht siehst! Ja, das ist öfter, dass du deine Latte nicht siehst! Ja, das ist öfter, dass du deine Latte nicht siehst! Ja, weil sie so klein ist, in Wahrheit! Nee! Ja, jetzt aber! Der Double-Killer! Ach, nee! Ist doch scheiße! Ein bisschen hoch! Ja! Ja, 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 ja! So sieht's aus! So sieht's aus! Dann kommt der Aufzug und macht Matsch! Sei doch ruhig! Was denn? Ja, Superstar! So scheiße! Ich dachte! Hahaha! Scheiße! Was ist das denn für ein Bug? Alter, ein Nordkartaler hackt! Hast du gesehen? Ja, ja! Der ist oben! Was? Was für ein Hang! Okay, sie haben mein Aimbot entdeckt! Sie haben mein Aimbot! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Nö hat es oben rumgeglitscht! Ja! Sein Sack war so klebrig! Ja, Schau, ich komm! Warte! Warte! Du machst es wirklich gut, ja! Warte! Du brauchst... Du brauchst nur noch ein kleines Stückchen, Schau, ja! Das ist der richtige Weg auf jeden Fall! Ja, genau! So! Das ist... Ja, du machst es so toll! Ja, Leute! Und so entstand Assassin's Creed! Erst mit Glückwunsch! Warte, ich hab's gar nicht! Du schaffst das, oder? Ich geh aus! Das... Das... Das Spiel sagt schon... Das Spiel sagt schon zu dir! Gib einfach auf! Gib einfach auf! Ah! Sehr gut! Ah! 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 Oh, Scheiß. Er kriegt sich gar nicht mehr ein. Ich habe Tränen in den Augen. Ich kann nicht. Du bist so hässlich. Was ist das? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh, Mann. Ich kann das nie wieder spielen. Du wirst die Aufnahme abbrechen. Ich schneide das alles rein. Ist mir egal. Warte. Ich musste mich erst trocknen. Ich muss die ganzen Feuchte. Wie sollen wir da denn jetzt? Warte, Schau, ich bin gleich wieder tot. Ach, Quatsch. Laber nicht. Laber keinen Shit. Nein, nein. Was sage ich denn? Du schaffst Säure, Jungs. Ich bin für solche Jump-Spiele einfach nicht geeignet. Ach, ich habe immer noch feuchte Augen. Doch, doch. Das schaffst du schon. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ja, bleib stehen, bleib stehen. Oh, schade. Beste Folge. Oh, Mann, Alter. Wir sind so pro. Vor allem irgendwie Schauerland, das Schaf. Das passt irgendwie so gut. Ja, ich bin immer so ein bisschen blöd. Nerd-Katana, das Huhn. Das ist so scheiße. Ja, super. Was hast du immer mit deinem Ziel zubauen? Er will immer das Ziel komplett zubauen. Und Schauerland, der Maurer. Ich gehe nochmal außen rum. Ja, ja. Mach mal. Nein. Halt's mach, ich muss dich konzentrieren. Ich kann nicht mehr. Das sieht so behindert aus wie er über seinen Sack geht. Endlich mal ein Video, das man mit übelster Lachflash betiteln kann. Ohne, dass es clickbait ist. Nein, nein. Also, ich habe es geschafft. Ja, warte, ich komme auch noch. Das schaffe ich. Bestimmt auch, Rösschen. Schaffst du es, ja? Tut schon der Bauchweh vor Lachen. Warum kommt man denn nicht da drüber, verdammte Scheiß? Ich gehe jetzt so her. Das geht nicht. Ich muss mal ein bisschen leiser sein hier, sonst kille mich meine Nachbarn. Scheiß auf die Nachbarn. Wir haben hier Spaß. Wir haben hier sehr viel Spaß. Alter! Yes, yes. Oh Mann. Ja, Leute, also ich bräuchte schon Konkurrenten. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus hier? Was? Ich habe gerade nicht gehört. Ich war gerade weggetreten. Ja, ich habe schon wieder gewonnen. Ja, okay, toll. Haben wir jetzt irgendwas freigespielt? Weißt du was? Das Schaf bringt, glaube ich, Unglück. Ich nehme jetzt mal das Pferd. Warum ist die alte Villa immer noch neu, obwohl sie nicht mehr neu ist? Hier ist jetzt ein Fragezeichen bei der Villa. Weil der nächste Patchers kommt. Bei mir ist bei der Farm ein Fragezeichen. Komm, lass mal die Villa nehmen. Kommt, kommt zu Ferdy. Schon wieder. Schon wieder, die Villa. Aber nehmen wir, na, Kreativmodus, pack den mal, ne? Nein. Party, Party. Komm, Nerd, komm, Nerd. Ja, ja, ich bin da. Komm hier nicht hoch. Er kriegt wieder keinen hoch hier, die Docks. Ich kriege keinen Ständer. Ich kriege einfach keinen Ständer. Toxie ist der Einzige, der nicht besser ins Ziel kommen kann, hey. Unfassbar. Ich nehme das Laufrad. Wo ist denn jetzt? Ach, da oben ist das Fragezeichen. Guck mal, wie kommen wir denn da hin? Machen wir mal so. Am besten, wir fahren Aufzug. Nein, Tipp des Tages. Ich wollte euch nur einen Tipp geben. Ihr müsst ihn ja nicht befolgen. Latter stehen, latter stehen. Ja. Ich wusste nicht, dass es so rum auf funktioniert. Warum bin ich jetzt tot? Weil du ein Pferd bist. Und das Hütschen, und das Hütschen gewinnt mal wieder. Ja, Aufzug, Attacke für den Chicken. Das ist voll, jetzt, Mensch, Alter. Wenn du jetzt runtergefallen wärst, ich hätte mich bepisst verlachen. Tja, ich weiß. Ich hab echt drauf gepasst. Das Runterfallen machen andere. Ja. Du musst da hoch, ne? Du hast du gesagt, hier. Was? Du musst hier hoch oder so. Ja, damit wir das kriegen. Ich sehe das nicht. Alles klar, baut nur alles voll. Was? Nein, das macht uns keinen Sinn, was du da machst. Doch, macht's. Echt? Siehst du gleich. Ich bin da hoch, da oben ist ein Fragezeichen. Ich bin auch da hoch. Nerd-Kataner nicht, der hat keinen Bock da hoch. Ne. Das Problem ist, wir kommen nicht da hoch. Wie kommen wir jetzt da hoch? Scheiße. Scheiße, wir kommen nicht da hoch. Okay, wir gehen außen rum. Okay, okay. So rum. Ja. Schaui, du bist zuerst. Das macht gar keinen Sinn, was ich hier mache, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Ne, das macht gar keinen Sinn, Digga. Ja, das ist scheiße. Tschüss. Ja, sprich. Ja, ja, geil. Ey, ich will da hoch zu Fragezeichen, Mann. Lass mal das Fragezeichen machen. Bomb mal das Ding weg. Ey, wir sind beide andere. Es kann nur ein anderes aufgeben. Ja, ich weiß, warum Nerd das Spiel mit uns spielen wollte. Weil er es nicht fand. Ja, genau. Natürlich ist es wieder mein Vorschlag gewesen. Ja, natürlich war es doch dein... Ne. Was war denn das jetzt? Huuuuh. Huuuuh. Nerd nutzt es wieder schamlos aus. Drum habe ich da was hingelegt für ihn. Dass der Fall hat nur ein bisschen Fingerspitzung gewöhnt. So. Och nö, Alter. Jetzt hast du das Ding eingesammelt. Wasserfall. Wir haben Level. Nein. Wir haben Level freigeschaltet. Doch, ich bin dem Ziel. Ich bin dem Ziel trotz Token. Wie hast du das gemacht? Ich bin draufgesprungen und da rübergefallen. Das ist nicht gut. Hey, ich auch. Ein Glück ist das Spiel nicht buggy. Ne, gar nicht. Und die Tocs fällt jetzt wieder runter in Stacheldraht. Das wäre schön. Hey, ich bin auch drauf. Er schafft es auch. Auf der... Ja. Wie... Keine Punkte. So einfach. Ja, war super einfach. Sollen wir den Wasserfall machen und das hier abbringen? Wir machen das jetzt zu Ende, weil Nerd Katana gewinnt eh gleich und dann machen wir den Wasserfall. Und dann schneiden wir das alles raus. Was schneiden wir raus? Das Gewinn wird nicht vergessen. Was ist denn durch los? So, was machen wir denn jetzt? Wir machen... Jetzt passt mal auf, du. Mann, Schauerland, du musst mir wieder meinen Plan verdurken. Ja, guter Plan. Guter Plan. Guter Plan. Warte, du stirbst jetzt auch. Schau, ich hab's nicht... Oh, nein! Siehst du, ich hab das im Urin. Nerd, so kommst du nicht rein. Nerd gewinnt schon wieder. Nee. Ach doch, der kommt so rein. Wie beiläufig er mit seinem scheiß Chicken hier immer rumläuft. Tschüss. Tschüss. Bist richtig gut reingekommen. Kommst du immer so gut rein, Nerd? Ja. Rein nicht so, aber dafür glücklich raus. Dann rutscht der immer geradezu rein. Ja. Wo ist denn meine Maus schon wieder? Warum sehe ich ihn nicht? Was soll das denn jetzt so eine Scheiße? Also das ist wirklich nicht lösbar. Doch, klar. Natürlich. Schaui. Ey, das war ich nicht. Schauis Fazit, das ist wirklich nicht lösbar. Ja, siehste? Sag ich doch. Schauerland, du bist so gut mit dem Pferd. Der absolute Wahnsinn. So, wie sollen wir das denn jetzt lösen hier? Gar nicht. Wie das Huhn Angst hat vor der Klinge. Na, wer stirbt zuerst? Ich guck mir das jetzt einfach an hier. Wer springt zuerst rein? Willkommen bei Tribute von Pornem. Das könnte interessant werden. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt hier Detox, wie er einmal rechts springt. Jetzt springt er links zur Klinge und beide drüber. Das haben sie beide gut gemacht. Und Nerd Katana ist unten und er fällt in den Stacheldraht. Das war's für Nerd Katana. Jetzt haben wir nur noch Detox. Überall Detox. Und er springt auch in den Stacheldraht. Und tschüss. Damit hat keiner gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir spielen jetzt in Wasser. Wir spielen jetzt in Wasser. Wir spielen jetzt in Wasserfall. Wir spielen jetzt in Wasserfall. Ach, wie schön. Guck mal. Hatte ich eine gute Idee. Wo müssen wir jetzt hin? Ich sehe euch übrigens nicht. Ah, jetzt seid ihr wieder da. Ach, wie behindert. Start und dann Ziel. Okay. Kann man hier hochschwimmen? Wisst ihr das? Leute, neue Map, neues Glück. Klar, Schauerland. Schwimm einfach mal einen Wasserfall nach oben. In Minecraft geht das. Super. Das war glorreich. Die erste Runde war richtig interessant. Die war richtig fresh. Die sollte man einraben. Und dann die Wand hängen. Die war fresher denn Paprika. Oh, jetzt kriege ich mein Lieblingsspielzeug. Juhu. Ich sehe übrigens nicht mehr, was ihr auswählt. Ne? Wieso? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ne, weil wenn du schon platziert hast, siehst du es nicht mehr. Eben. Nein, ich habe nicht mehr gesehen, wie er die Sachen... Ach, der Puck. Ja, nein, nein, in der Luft erwischt. Och, nö, Alter. Oh, Toxi schafft es sogar. Juhu. Bitte stirb, bitte stirb bitte. Ach, schade. Ich dachte, er rennt jetzt in meine Falle rein. Nee, nee. Hab ich auch gehofft. Nee, nee. Aber Nerdkatana das Huhn hat auch ein paar Punkte. Ja, Nerdkatana das Huhn. So nenne ich mich jetzt einfach. Ich mache jetzt hier erst mal safe. Na, toll. Super safe. Super. Wie kommt ihr denn da drüber? Gar nicht. Du hast es vergessen. Geht nicht. Geht nicht. Doch, doch, es geht. Ach, halt dein Maul. Es geht nicht. Doch, doch, es geht. Ihr seid scheiße. Ihr seid so richtig scheiße. Warum mache ich das immer? Ich mache das nur, weil das Netzwerk mich dazu zwingt. Ja, genau. Ja. Oh, ich bin ja das Huhn. Scheiße. Ja, wer hat die Scheiße schon wieder gemacht? Die fallen alle runter. Das ist für ein Rotz, Mann. Super Level. Super Level. Wirklich. Ja. Richtig gut, ja. Und wer ist schuld, wer hat es freigeschalten? Schauerland mal wieder. Komm, wir machen jetzt erst mal, wir machen jetzt erst mal, was machen wir weg? Ja, super. Ja, super. Ja, jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Ja, 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 geil, geil. Oh, nice. Wer will zuerst? Okay, Dino's ist weg. Schauerland. Ja, was, ich nehme Anlauf. Auf die Plätze, fertig. Schauerland, vorhin hast du deine Eier versteckt und jetzt hast du ein Schwänzchen. I believe I can chicken fly. Warum bombt ihr denn das weg, Leute? Einfach so aus Spaß, weil es kann. Was ist es mit euch? Weil ich eine Bombe hatte. Das war das Einzige, was überblieb. Irgendwas musste ich wegbomben. Ja. Siehst du, es sind wieder nur Bomben hier. Was habe ich jetzt genommen? Hä? Du solltest vielleicht mal gucken, was? Komm, die Bombe war ja... Ich habe gar nichts genommen. Mach es uns ganz einfach. Ich habe gar nichts genommen. Wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Siehst du? Okay, Nerdkatana, das Huhn hat mich überholt. Das sehe ich nicht ein. Das war ja auch nicht schwer. Also wir machen es jetzt hier noch ein bisschen einfacher, damit alle ein bisschen Punkte bekommen. Na toll. Richtig nice. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Ich glaube nicht. Jetzt wäre ich fast wieder drüber. Nein. Mal gehen das Ding wieder zu hier. Das Ding muss wieder zu gehen. Das geht nicht mehr zu. Wieso geht das nicht mehr zu? Der erste, der drauf ist, der war schon drauf. Und fertig. Ich dachte, ich konnte an diesem kleinen Steg da noch drauf springen. Das ist voll behindert. Das geht nicht. Das ist echt, ey. Scheiße. Das will doch keiner spielen. Hier, Schauerland ist schon wieder der Underdog. Jetzt mach ich erstmal dieses Scheiß. Ne, mach ich das weg. Mach ich das weg. Ja, mach aber jetzt irgendwas weg. Ich mach das weg. Komm. Das schaffen wir schon. Das Ding, was ein Nerder hat, macht auch keinen Sinn, oder? Ne, überhaupt nicht. Jetzt kommt man überhaupt nicht mehr da drauf, ey. Oh, fuck. Ja. Ja. Nein, wie hast du denn das gemacht? Keine Ahnung. Schauerland am Experimentieren. Ein Pfeif für Galileo Mystery. Ja. Oh, Mann. Ich schaff es. Guck mal. Guck mal. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, die Bombe, ich weiß. Was für eine Bombe, Digga. Das sah gerade sehr pervers aus, was wir da gab. Was für eine Bombe. Comeback. Digga, was für eine Bombe. Ja. Jetzt mach ich es uns ein bisschen schwieriger. Du bist jetzt so dumm, Alter. Ja. Yes. Oh Gott, ich schaff es nicht. Nein. Doch, doch, doch. Flieg runter. Ja, ja. Tschüss. Ja, ja, ja. Ja, ich komme, ich komme, ne? Ja, das wollte ich jetzt nicht so genau wissen. Ich komme, doch, ich komme. Noch drei Runden? Drei Runden. Okay. Wir müssen es bald, müssen wir es mal geschafft haben. Nice. So, damit das Ganze ein bisschen challenging wird hier. Ja, das ist auch super. Jetzt kommt man da gar nicht mehr drüber. Ich bin gleich runtergesprungen. Ich bin gleich runtergesprungen. Na, toll, oder? Ist euer Ernst. Ja, das ist richtig geil. Ist doch easy, oder? Ja, das kann man vergessen, ey. Das war meine Idee. Superland, stirbt dem Pferde tot. Ha! Nein! Ha! 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 Jetzt in die Bomben rein. Ja, bitte. Wie geil wäre das, Mann. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, Kopf an Kopf. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Noch zwei Runden. Die Spannung steigt. Ich schaffe es auch noch. Jetzt abgeben. Ich kann es auch noch schaffen. So ist es nicht. Warte mal, ich mache mal einen schönen Bonus hin. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Klar, klar. Mach es halt noch einfacher, oder? Ja. Spring. Los. Du bist auch runtergefallen. Ja, Mann. Ich habe mich so abgelenkt. Nein! Oh, 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 oh. Och, nö, Leute. Und ich nehme noch die Münze mit, du. Ja. So, jetzt Konzentration hier. Ha! Okay, er hat gewonnen. Wer ist der Geiste? Ich? Das Pferd. Das Pferd hatte den längsten Balken. Nicht längst, Mann. für das Pferd. Mal wie erst. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Schauen wir mal, ob wir noch in den nächsten Folgen was machen können. Moment, Richter Jones. Ich möchte nur kurz festlegen, dass ich am meisten gewonnen habe. Jetzt können wir aufhören. Ja, toll. Was kannst du jetzt davon kaufen? Gar nichts. Ne, Leute. Ich würde sagen, wir werden da auf jeden Fall noch ein paar mehr Sachen zocken, oder? Das ist witzig, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr mehr wie fünf Dislikes und Dislikes auf den Nerds, das Video habt, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir es weiter spielen. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Haut rein. Hey, Leute, habt ihr jetzt auch so Bock auf Getacke verschicken nach dem ganzen Hühnchen-Zeug, Alter? Ne.